Du denkst zu viel nach, du machst dir zu viele Sorgen, warum eigentlich? Genieße dein Leben, jeden Tag, jede Stunde. Lass dich nicht von negativen Menschen oder schlechten Nachrichten runterziehen. Sei einfach ein bisschen glücklich. Freue dich über Kleinigkeiten. Versuche andere mit guter Laune anzustecken. Sei glücklich und zufrieden. Es geht dir gut.